wo ist der halt und mal gucken schwindigkeitsüberschreitung wohl stand das mit der 60 leute wenn ihr die 60 gesehen habt das schreibt das in die kommentare rein hallo meine damen und herren willkommen hier bei mannensmulatur let's play du in simulatur ja ich musste heute mal schnell noch eine folge mit du in simulatur aufnehmen für nächste woche das auch heute noch auf warum und wieso du in simulatur und warum heute und erzähle ich euch gleich aber erst mal setzen wir uns doch manchmal etwas schwierig schwieriger sie sind gleich mit ihm passen für ihren ersten halb heute alten sie mit ihren zu bild mit sie münchen passen staunberg und will über bayern aufgrund des sonnigen meisten bilder sind viele vorgäste auf dem weg nach staunberg tag sie zu genießen jetzt kurze erklärung warum wenn sie man hat so ein simulator habe ich würde sie gerade erst vor kurzem kommen und sowie motor gp motor gp hat hier mal ein kleines problem dieses ist weltweit gesperrt dumm 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 ja warum ist gesperrt wegen der musik die drinnen läuft die läuft sechs minuten mehr sechs minuten und da waren alle meine videos die ich jetzt hochgeladen habe von diesem spiel gesperrt und ja da habe ich jetzt gedacht na gut nimmst du mal drauf das kannst du eh nicht streamen weil es irgendwie leckt und ja ich habe versucht mal hier unser bestes raus machen jetzt kurz vor dem live stream für euch zu wissen es ist zwölf uhr da geht zwölf fünf zwölf vor sieben samstag kurz vor dem sonntag live stream zum wochenend ausklingen mit eurotrack und landwirtschaft auf eurotrack habe ich direkt eine richtige lust sage ich euch aber ja es muss immer mal was sein die br 246 die will ich mir holen irgendwann mal hol ich so mehr und war auch hier drin ja da wollen wir jetzt mal hier oh geht das schon los gleich rolle in der stadt im passigen joa da wollen wir mal ein bisschen überschleinigen 120 doch mal hier fahren ist nicht viel für den ICE ist das grün ja ist grün hier können wir mal kurz hier reingucken gehen erste klasse nee ist zweite klasse erste klasse ist das hier richtig schön eigentlich gemacht so grün blinkend wo ist der halt und mal gucken was haben wir denn geschwindigkeitsüberschreitung wo stand das mit der 60 leute wenn ihr die 60 gesehen habt das schreibt das in die kommentare rein nein ja in die kommentare also ich bin jetzt ehrlich ich habe keinen 60 gesehen hier die 100 sehe ich auch verschleinigen und ja jetzt will ich mal ein bisschen noch erzählen hier also wie gesagt MotoGP kann ich leider nicht äh spielen und streamen kackt das ja eh ab jetzt muss man hier ein bisschen aufpassen dass ich hier etwas bloß komme denke ich zwar nicht dass es klappt aber probieren alles wir gucken wird es lange halt ja es wird lange halt guck mal schauen wir mal von draußen an es ist E 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 Hamburg nach Berlin ein bisschen falsch ok was war das tut uns noch nichts eh jetzt auch eine drinnen gucken wir uns mal hier drinnen an ja also der TwinSignalator ist ein bisschen alt das weiß ich nie wieder mal das weiß ja jeder Mensch dass der 2010er TwinSignalator etwas alt ist aber wie lange die Spiele laufen kann man es noch auf dem Spiel so ist es ja nicht die Bremse ist auf null ach ne das ist die können wir jetzt eigentlich auch ausnehmen das ist schon an das ist komplett woher können wir halten nein das hier reicht eigentlich fast zu so woanders von 200 oh das war aber auch ganz schön knapp 120 hier ist 100 ne 60 jetzt habe ich die 60 gesehen ich muss mir jetzt nochmal in der Aufnahme angucken ob wirklich das eine 60 war oder nicht so also egal wie diese Folge ist also auch obwohl ich so schlecht gefahren bin die Folge wird hochgeladen 100%ig weil sonst habe ich nächste Woche Samstag beziehungsweise diese Woche für euch nicht zum ähm veröffentlichen und hier ist eigentlich nichts was wo die Gamer streiken könnte also nicht dass ich wüsste so da ist nichts das war nicht wie uns ist nicht wie uns aufpassen dass man nicht über 100 kommen ja wollen wir mal ein bisschen erzählen ich wollte ja früher auch Eiswanne werden ok das glaubt mir jetzt bestimmt jeder ähm deswegen war ich sehr befreut befreut dass ich äh das Spiel geschenkt bekommen habe und euch natürlich was zeigen kann grün und 160 gleich jetzt und da kommt er an wie ist das Signal grün gut so wie gesagt das Spiel werde ich nicht im Stream spielen im Stream wird immer weiter Euro Truck das heute kommt und Landwirtschaft Simulator gezockt ich glaube Euro Truck wird mal rausgenommen und dafür mein Landwirtschaft Simulator und Minecraft kommt rein muss ich mal gucken war ich hier auf Euro Truck kaufe ich auch keinen Bock auf links mit dem nächsten Signal ist ein 60 zwisch Ich Untertitelung des ZDF, 2020